ja genau jetzt finden ein item in die hand nehmen dann siehst du ein plus er musste wahrscheinlich rausnehmen ich weiß nicht ob es eine tasse muss wieder die mentale nehmen und dann kannst du ich gucke mich weiter es gibt einen großen rucksack auch noch aber gut dafür brauchen weisen ok jetzt habe ich jetzt zwei rucksäcke das ist denn ein dank oder denk oder was so viel sie also schön aber du diesen firma ist das market warte mal wir können wir schon scheren bauen haben wir genug weisen ja haben wir tatsächlich baum eine schere ich glaube also mit mittlerer maustaste können wir sie mental sortieren das macht das da können wir aber auch die kisten so gehen was ich gerade auch machen die schafe scherz ne kriegst du energetische wolle raus die strom hat verlieren die dann strom kann ich leider gerade nicht checken ich verliere strom aber die laden sich wieder auf in den einen jährigen weil der in den anderen steht egal ist nicht so wichtig dann schieben an die schieb sollst du hier an die weg schieben wirst du drin ja schau mal ich kann die raussprung das ist mein tod dann muss ich aktiviert dann musste ich skill punkte zahlen ja und das ist denn die ability button oder was nee das geht ohne die totem samt schon mal also es läuft wie die ability portals nur was du die nicht braucht man kann ein regenschild bauen kasten immer haben äh tobi ich tu mal das energy gravel in die äh ich würde mal als baumaterial definieren ja warte volle loch und feld aber das ist nützlich dass ich höher springen kann weil dann brauche ich keine türen es muss rote wolle sein okay die haben wir natürlich nicht ich brauche mir jetzt echt ein keylogger ein keylogger? nicht locker grüß möchtest du mir mal gewallen tun sag ich bitte was gucken wenn es keine antworten gibt nein ich habe das gerade gefunden die antwort dafür blinde ich habe schon gar nichts also hoffentlich ich probiere eine krispende naja man kann irgendwie die essen noch zu kleinern und dadurch kriegst du mehr natürlich raus aber frag mich wie man reis anbaut wahrscheinlich mit reis klar ja ich suche halt den setzling den will ich haben aber ich arbeite mit er fragt also das wäre merkwürdig wenn das wo ist was ich da muss ich gleich zu reis 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 mit 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 muß mit rum hat ihn halt echt verändern ist so ne bei der läuftspiel ist das schon deutlich unaussichtlich ne ja das stimmt schon auch tic tac so ne mhm mhm auf unserem dach tschuldigung was bringt es uns ist hier nicht nass hehehe hehehe ja komm ja mhm mhm ah ok warte mal wir haben doch hier essen hoffisch haben wir noch hoher fisch näher doch leute mhm mhm hast du beinsten gebaut ich wollte das du machen so guck mal killer mhm lecker fischi lecker fleisch und beschwert beim schwert das bieten ganz normalen messer gemacht muss ich gar nicht so klein wie kippes ich schere aufweg weil die die ist valuable du gehst du gehst nicht hin pedestals nur das hin ja und was brauchen wir tobi äh warte was genau warte äh glaub ich hab das nicht gerade gefunden mhm wir brauchen den den ich bin beeindruckt das ist im sachen wir brauchen den stift ding den stifter mit äh enderside mesh und da muss das rein das 2 ja in der in der seite miss ah ich glaub das hat er wieder doch ja aber ich eigentlich nicht nicht ich 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 Okay. okay das verspätert dann okay können wir hexer reiche machen glaubt nicht kann ich weitermachen ich mach mal create weiter nach den klassischen graben hier ich habe einen golden egg creates a five to five area of light full dirt wir sollten wir weiter einsetzen ja ich tue das ich tue das jetzt mal freundschaftlich ihn nach in die krebs und verpflanzen ich habe von dem rap bekommen kann ich gerne essen mit tomato seeds so wie du kannst ja auch noch mal so ein golden egg habe ich schon habe ich schon endeszeit dann brauche ich dafür ein ende zettblock ein ende zettel in der käsin auch du scheiß okay in der zeit müssen wir haben ja das ist nicht das problem ich brauchen endeszeit und irgendwie habe ich geschafft dann zu generieren ist gut und dann keine ahnung das ist ja käsin ah nicht genuliert werden passiv für kiss warum mal in tobi stream gucken zu sehen was kümmern ja das war ich nicht viel ja ja ich hab bei tobi reingung aber irgendwie erwartet es ja fast oh sulfur haben wir und redstone ja die plötchen nur einfach mit lock und in der zeit ja ich bin jetzt schon auf ich möchte mich allein betrugen user disconnected from the channel so glauben dass man es kann einiges zu sagen tatsächlich aber es kann nicht das was ich noch danke ach du heilige was für blöcke gibt es einfach nur wahnsinn die chatbox diese spielen diese mod ist ein bisschen ich kann die kanone bahn ist auch okay das ist das blöcke täte okay also der crafting ist das schon mal nicht noch nicht das bringt uns mehr holz kann ich den schimpel erscheint doch den knick nicht ich muss ich verstehe noch nicht wie ich das casing mache also guck wie ihr ok auf mein spiel gestürzt wird nicht auf aber das casing ich kann hier noch gar nicht ich bin hier gerade in create und wer eigentlich so das nächste aber die pläuer kommt ja er spielte ich brauche hier gibt es einen speziellen generieren das nicht nein aber durch kämpfe müsstest du jetzt kriegen die brauchen wir und kräftig kriegst du durch kabel stone obwohl die ist eigentlich ein hammer genau ob es ein hammer gibt gibt aber jetzt nicht so danach aus ja okay soweit okay dann muss ich kurz den hammer auswählen und mal u drücken ähm killer nur eine vermutung und dann noch irgendwo kräftest du ja ich habe mich an proben die beschauung lege ich werde das hier ist kabel stund das ist der plan der stammt vom cutting table das geht wenn machen da bin ich schon wieder geht ja ich verstehe es mit den haben wir noch nicht so wirklich was gibt es euch zu verstehen naja ich will das casing haben und scheinbar kriege ich das casing nur mit druck also irgendwie ein hammer rezept keine ahnung und das casing ich muss doch eine andere möglichkeit geben das ding zu kraften ab wenn wir all dem application ab da einfach nur den blog ist das wirklich so damit haben wir drauf das ist schon mal nicht die lösung aber ich bin schon der lösung näher ach das müssen strip block sein auch hier kommt das habe ich jetzt nicht gesehen und dann möchte ich jetzt in der winter wie kann ich jetzt die meister und er kann nämlich automatisch sachen quaschen kopf wie brauche ich noch mal das ist ein holz unten und schafft ab müssen wir haben und da kommt ihr könnt auch schon haben ob wir haben wir und ich brauche eine die mann sein netz haben wir sehen ob das was bringt ja ein blog mehr geht nicht dann passiert das habe ich schon gesehen das weiß okay gut das heißt wir müssten im ideal für noch so ein krasser wie beim ist auch schon probiert wenn ich nie darauf anzubauen aber es geht genau so wenig was ist es wir wollten schon ein müssen muss das kommt du musst wissen nein ich muss das will und dann hier noch ein was das habe ich schon probiert noch mal habe ich gesagt habe ich schon probiert bin ich dann kommt das gleiche muss halt den aufbau exakt mein normal auch mein lebendran hier hinbauen also warte ja mach mal oh gott weg irgendwas hässliches war das ja ich habe mir schaufel die echt nützlich ist ja ich weiß sie jetzt liegt und effektiv gesehen ist das system also effektiv habe ich den grundbaustein ich muss kurz in sicherheit gehen moment du musst du sicher hätten den goldenen hopper gefunden wir sind wir schneller ach toby möchtest du mir eingefallen nicht wirklich wir würden mal wieder nicht gewähren wie es leider nicht angezeigt dass du die dinger die ich verwende dafür hier nimm einfach nimm nimm einfach das brauche ich ja danke brauche aber also brauchst du mal was kann ich denn damit machen in willen als melding klar schöne blöcke okay mit dem milling das was ich habe können wir aus kappel halt machen Ach du kleines hässliches Ding, du kleines Stück Scheiße-Gick. Jetzt bin ich auch noch gestorben. Ja, Tobi, da ist so ein kleines Viech. Ja, genau. Da habe ich jetzt richtig Lust auf euch. Ich könnte wie ein Arsch lassen. Wo kommst du da rein, vergiss es. Wo komm ich hier rein. Was brauchte ich denn noch mal für den Quasch? Warte mal. Äh, das würden wir hinkriegen. Okay, äh, aus mir. Okay, das ist noch viel weiter hin. Ja, genau, vielleicht wie von zwei Seiten. Ich habe das Problem, ich verstehe es nicht. Ähm, Peter, warum ist das so blau da hinten? Ähm, wieso brennt das so blau nicht hier? Ich sehe es nicht, aber es sieht lustig aus. Ich möchte hier zum ersten Mal. Ich gehe jetzt abgenommen. Ich hoffe, dass es nichts negativ ist. So. So, wir haben ja noch ein paar Sifter. Ich meine, ja, wo sind die... Das ist nicht der. Sichter meinst du? Ja, das wird ein bisschen schwierig. Was? Nicht Sichter, Sifter. Was hat sich der? Sifter, S-I-F-T-E-R. Ja, du sagst immer Shifter. Nein, ich habe Sifter gesagt. Sifter, S-T-E-R. Da ist doch kein Tee. Nein. Ist nicht so? Sifter, 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 S-I-F-T-E-R. 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 Bin ich ehrlich? Ich bin dumm. Ist das Tinkering? Oh, warte mal. Ich muss natürlich gucken was genau das macht. Ich bin auch keine Ahnung. Aber das würde viel bringen. Detra Tools are made by modifying Vanilla Tools. Done by inserting them into the workbench. You don't craft tools. You swap parts of existing one. Okay. Certain tool parts require you have a specific tool of a specific level in your map. Stone hammer. Tier 2. Also, if made of iron instead. Get the diamond material. You need to have another tier 2. Okay. Aber gut. Und. Any scrolls? Okay. Good. Armored Weapons. Ich finde es wichtig aussprechen. Du denkst, was ich weiß. Er passiert mal selten. Aber soll auch mal passieren. Ach, passiert selten. Ja, du bist ja auch da wie alt. Ich bin eigentlich perfekt. Das richtig. Ich weiß, was das heißt. Ich weiß, was das heißt. Im Cutting-Tel. Leider nicht machen. So, Tobi, Sifter, Baut Nummer 2 ist auch fertig. Okay. Das wird nichts. Monster Hunter ist noch dabei. Was kriegen wir eigentlich beim nächsten? XP und Köpfe. Danach. Zombie Statue und danach. Okay. Geschlecht war ich einfach nur gerade schwer halt. Deри β zm. mob farming and you aber ich glaube das können wir auch noch nicht machen zwischen hkw mit hkw zwischen chicken feed brauchen wir ja das wird erstmal nicht wenn wir dann noch exploration das ist das geht das ist ja alles in game dann sind wir jetzt immer noch muss ich den miller jetzt dahin habe ich ihn genau und dann packt machte in den miller halt kapitel und dann kommt und dann kommt halt in der leeren hand ja habe ich unfähige stück scheiße tappen nicht drücken drückt halten ist eigentlich ein trichter